Am Sonntag um 22.30 Uhr sehen Sie eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RTV2. Im Angebot haben wir folgende Themen. Österreichs neuer Botschafter in Belgrad, seine Exzellenz Christian Ebner. Keine Zeit wie die Weihnachtszeit. Adventsstimmung im Verein Maria Theresiopolis. Schicksale dokumentarisch festhalten. Ein Gespräch mit Eva Hübsch. Festliche Atmosphäre in Sommer. Ein Bummel durch den Weihnachtsmarkt. Das und noch mehr sehen Sie am Sonntag um 22.30 Uhr auf RTV2.